Erstmal wieder Zeit für ein kontroverses Thema. Gehen wir es an. Mal ganz ehrlich, wie oft hört man denn den Spruch Metal will never die? Oder liest ihn? Oder postet ihn? Oder... Also generell finde ich diesen Satz nämlich schon ziemlich dämlich, weil Metal ist nun mal noch gar nicht so alt. Man könnte sagen, Richard Wagners Musik will never die. Weil die hören wir ja immer noch. Und die ist ja eigentlich so ein bisschen Ausgangspunkt unserer Musik. Warum haben wir also das Bedürfnis, bei einem Musikstil, der erst 50 oder 60 Jahre alt ist, zu sagen, dass er niemals untergehen wird? Woran liegt das? Liegt das möglicherweise daran, dass er in den 90er Jahren schon mal fast untergegangen wäre? Wir sollten uns jetzt nämlich mal überlegen, wann ein Musikstil eigentlich untergeht. Zählen wir doch einfach mal 5 Musikstile auf, die bereits untergegangen sind. Richtig. Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch was ein. Woher soll ich das wissen? Man kennt sie eben nicht mehr. Ja, man könnte jetzt sagen, zum Beispiel die Work Songs, die klassischen Lieder, die schwarze Sklaven in den Südstaaten gesungen haben, die gibt es nicht mehr. Weil es keine Sklaven mehr gibt. Aber generell ist das doch ein Fluss. Musik und Musikstile entwickeln sich auseinander weiter. Und deswegen kann man doch erstmal nicht sagen, Metal stirbt. Weil Metal ist ja einfach nur eine Art und Weise der Musikinterpretation. Das einzige, was wir fürchten können, ist, dass Metal irgendwann in die Popkultur übergeht. Dann ist Metal Bestandteil des allgemein gesellschaftlichen Lebens und dann hat es ja im Prinzip ihren subkulturellen Status verloren. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach. Entweder wird die Musik aufgenommen, verändert sich, aber bleibt als eigenständige Spielweise übrig, wie zum Beispiel der Jazz. Oder sie wird in die Popkultur aufgenommen und wird dann einfach irgendwann out, so wie Eurodance in den 90ern, weil das einfach jeder hört und es irgendwann grottenschlecht wird. Und wenn ich mir zum Beispiel betrachte, dass auf meinem Wackenbändchen ein ZDF Kultur auf Druck steht, kann man schon davon ausgehen, dass Metal auf dem besten Weg dahin ist, in die allgemeine gesellschaftliche Popkultur überzugehen. Was, wie gesagt, nicht unbedingt schlecht sein muss, was nicht dazu führen muss, dass Metal stirbt. Ganz im Gegenteil, es kann auch viele positive Chancen beinhalten. Zum Beispiel die klassische Musik hat ja auch dadurch, dass sie einen so hohen und wichtigen Status, zum Beispiel im Bildungsbürgertum genießt, unwahrscheinliche Möglichkeiten und eine unwahrscheinliche Vielfalt wird als virtuos betrachtet. Und Metal in vielen Bereichen ist ja eigentlich nichts anderes als eine Uminterpretation klassischer Art und Weise des Musik, des Musizierens. Doof wäre nur, wenn es dann wirklich durch die Medien vernichtet wird. Vielleicht jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, der klar machen könnte, was mit dem Metal in den nächsten Jahren passieren könnte und meiner Meinung nach auch irgendwann passieren wird. Das Phänomen nennt sich Gentrifizierung und es ist ein sozialgeografisches Phänomen. Dieses Phänomen beschreibt die Tatsache, dass junge, reiche Leute immer auf der Suche sind nach zum Beispiel Wohngegenden, die besonders hip und besonders trendy sind. Wir kennen ja zum Beispiel Gips. Solche Leute sind das und die suchen nach Szenevierteln, nach Kultur, wo das Leben noch richtig glüht, sage ich mal. Und dann gehen die einfach in die Viertel, aber weil sie ja reich und verwöhnte Schnösel sind, brauchen die da ein bisschen Standard. Deswegen ziehen die sich ihre Szene-Kneipen nach und besondere Einkaufsgeschäfte, die sich die Einheimischen nicht leisten können. Es werden immer mehr und irgendwann ist das ein Standort für die Oberschicht geworden. Die Einheimischen sind verdrängt worden, die eigentlich immer dort gelebt haben und es sind einfach nur noch reiche, verwöhnte Säcke da, die sich mit diesem Viertel einfach gar nicht mehr identifizieren können, weil es zum Beispiel eine Arbeitergegend war früher. Und ich denke, das kann man im übertragenen Sinn für die Entwicklung des Heavy Metal betrachten. Also in den 90ern wurde das ja schon mal deutlich, aber ich denke, das wird im nächsten Jahr noch wesentlich stärker werden. Und ich möchte keine schwarze Malerei betreiben, aber ich denke, bald spielt One Direction auch in Wacken. Was keine Kritik an Wacken am Festival direkt ist, sondern einfach nur ein Zeichen dafür, wie es sich mittlerweile abzeichnet, dass es sich entwickelt. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und wenn ihr eine andere Meinung habt von wegen Metal will never die, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Es ist wirklich eine traurige Geschichte und manchmal denkt man sich, warum bin ich nicht einfach ein bisschen früher geboren? Genießt, solange es noch cool ist, also solange es nicht cool ist, solange, ihr wisst schon, was ich meine. DPR over and out, bis zum nächsten Mal.